Ach du Scheiße, was ist das denn? Wir sind einfach mal durch. Einfach mal gerade. Aber warum halten wir nicht hier alle fest? Ist das hier ein Bouncer? Okay. Oh, da gibt's ja! Alter, da ist eine Lücke in der Mitte. Da muss ich aber dann links hechten. Oh, ich bin schon wieder ganz hin. Jonas. Ja, ich wusste auch nicht, dass da eine Lücke... Ey, das kann nicht wahr sein. Ich bin wirklich letzter im Kurs. Oh, und ich bin schon wieder unten. Digga, die blocken mich die ganze Zeit. So, jetzt. Hier ist eine Lücke am Ende. Oh, Junge, was guckt ich mir hier an? Alter, als ob du dich da so gerettet hast. Ja, aber trotzdem nichts... Ey, Junge, dass wir weitergekommen sind, war ich so bodenlos. Ey, ich bin eigentlich so fehlerfrei durchgerannt und ich bin... Oh, Alter, dass ich mich da noch festgehalten habe. Nein, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich hasse meine Lücke. Oh, ich schieb den jetzt runter. Der geht mir hier auf den Sack, Alter. Halt doch mal deinen Maul, ey. Nein, nein, ich hab mich gefickt. Oh, Jonas, ey, Alter. Alter, jetzt liegen wir wieder raus. Ihr müsst auch mal was machen. Ja, was machst du denn so? Was für auch mal was machen? Junge, du hast die letzten drei Maps nicht beendet. Alter, du bist legit der Einzige, der rausgeflogen ist bisher. Ja, wenn ich auch mal was versucht habe. Ihr müsst auch mal ein Risikoplay machen. Ja, und dann passiert sowas. Siehst du? Ah, hier, zack, zwei sind rausgeflogen. Wir sind das Einzige, die was raus... Nee. Das Spiel hatten wir ja noch gar nicht gerade. Weil ich das diesmal schaffen. Genehm wetten an. Oh, dass ich da noch auf Brand... Äh, steht konnte, ist aber auch lang. Oh nein. Oh, wenn ich das schon wieder höre, ey. Ich hätte die Seite einfach nicht wechseln sollen. Alter, ich komme hier nicht weg. Junge, Alter. Ja, guck dir das an. Nein. Was soll ich machen? Ist egal, wie viele Punkte du machst, Hauptsache du kommst diesmal ins Ziel. Äh, vor Alina, oder? Ja. Läuft fast nicht rum. Alter, uns fehlt ein Punkt. Ich raste aus. Ich komme noch ins Ziel. Wollen wir mal appreciaten, dass er uns das Ziel geschafft hat. Das Bärn muss jetzt... Alter, da kommt so eine direkt so eine Frucht vom Himmel und boonst mich völlig aus dem Leben. Hier, runter mit dir. Der ist vorunter gestoßen. Birne, zwei, nee, vier, vier Birnen. Zwei Kokos. Und ein so eine Traube. B, Brombeere. Drei, scheiße, keine Ahnung. Kokos. Oder? Weiß ich nicht. Ja. Digga, da waren Birnen. Das waren doch vier Stück. Digga, ich habe... Das ist ja easy. Hier kann man ja gar nicht sterben. Okay, da steht wer am Rand. Den bummst ich. Ja! Was? Wie hat er sich gerettet? Und was? Ich wurde völlig aus dem Leben gebummst. Kann man da runterfallen? Du Noob! Ja, ich habe... Du riskierst ja auch nichts hier, Jonas. Ich habe mal was riskiert. Digga, ich schiebe auch die ganze Zeit. Ich bin doch so blöd, der zu rappen. Ja, ich wollte gerade sagen, du läufst da achtmal im Kreis und machst gar nichts. Wieso stehe ich da alleine unten links? Oh, ich stehe ganz vorne, ich stehe vorne. Vor allem, wie auch in einer Reihe vorne. Ist fair, oder? So. Ich bin raus. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das war das Schlechtste, was ich je gesehen habe. Wirklich. Und über mich wird es sich hier lustig gemacht. Oh, guck mal, es sind richtig viele raus. Wir können auch Punkte aufholen. Gar kein Problem. Oh, doch ein Problem. Wie lange geht denn das, Alter? Irgendwann kommt ein Timer. Oder irgendwer fliegt raus. Nein, der Wind kommt einfach. Ihr seid nur noch zu zweit, Alina. Du musst nur noch vier Stunden... Platz zwei kriegt auf jeden Fall keine Punkte mehr. Du musst nur noch 30 Punkte machen. Lauf, Alina, eine Runde noch. Oh, 13 Punkte noch. Nein. Oh mein Gott. Nein. Zehn Punkt, der Gemüse, schade. Ja, da habe ich reingehntet. So, jetzt konzentriere ich mich. Die Mitte, oder? Wir nehmen die Mitte. Ich nehme immer die Mitte. Nimm die die Mitte. Weil du nie was riskierst, Alina. Fuck! Oh, ich habe es geschafft durch die Mitte. Ah, es hat mich nach außen gepustet. Oh nein. Nein, und dann kam der... Nein, sie überholt mich hier so eine Melone noch, ey, oder wat? Schweine, ich komme vor euch rein! Ja, easy. Ja! Oh, Jonas, was ist das denn? Merkel! Oh, Alter. Wo stehe ich denn? Nein! Nein, das muss ich lachen. Jetzt habe ich nicht geguckt. Kirsche. Nein, ich habe überhaupt nicht aufgerufen. Ich habe überhaupt nicht aufgerufen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Komm zu mir! Ich laufe jetzt mit denen. Oh, das ist hier hinterher. Ich hoffe, die haben recht. Okay, die haben recht. Ich bin dank, dass du es auch raus. Nein! Oh, oh, Alex ist auch raus. Von jedem Team schon mal einer raus. Das ist eine Pizza. Oh, oh, ich bin auch raus. Weil du es gesagt hast. Ja, weil ich dachte... Deine Aussage mehr aussagekauft. Ich bin auch raus. Oh nein, die... Das ist schlecht. Also, die holen nicht auf. Das war auch einfach Skill, dass ich gerade dringer blieben bin. Ich bin gegen so eine Seerose geflungen und jetzt zweimal gegen den Rand gebounced und dann wieder rein. Nalo, oder was? Oh nein! Einer geht ins Tor. Oh! Alter, ja! Ja! Okay, scheiß drauf. Er geht rein. Oh, Alter, was ein Schuss! Wer war das denn da aus unserer Verteidigung? Ich war das. Ich mache ab, Herrmann. Was ein guter Start. Vorsicht, Alina! Hau ihn weg! Oh ja, überspielt. Oh ja! Zwei Bälle können sie nicht verteidigen. Ja! Tor! Ich habe ein Tor gemacht, Alex! Ich mache noch eins. Zack! Easy. Ja, keine Gegner. Wir können aufhören. Oh, sehr schön. Jetzt wollen wir Verteidigung. Alle nach hinten. Oh, was ein Kopfball. Den können sie nicht halten. Flugkopfball! Oh, er geht so rein. Scheiße. Ey, die haben ja gar keine Schnitte. Ich dribble an der Außenlinie. Flanke kommt! Flanke kommt! Oh! Hält er ihn am Pfosten. Ich habe den Ball außen aufgehalten. Ups. Ja, doch. Oh nee, der wäre noch reingegangen. Alter, nicht dein Drittgegner. 5-0 gewonnen. Ja, können wir aufhören. War schön mit euch. Tschüss. Wir haben dieses Spiel noch nie gewonnen, oder? Ich glaube nicht. Oh, das gibt's nicht. Ey, das... Alter, das kann nicht sein. Oah! Alter, was ist das für ein Salto? Hat das ja gesehen? Das war ja überkrank. Das Ding hat mich einfach ins Ziel kanterpultiert. Oh nee. Ich bin der erste Mal. Wenn wir jetzt rausgeflogen wären, wäre ich aber sauer. Ja, ich bin der viermal Letzter. Bist du wieder nicht ins Ziel gekommen? Nö. Alter, Digger. Ich muss ein Kauter machen. Warte, ich kann's auch da... Also hat es Jonas öfters ins Ziel geschafft, als dich ins Ziel. Ja, das kannst du dir aber auch schon wieder nicht ausdenken, was da gerade passiert ist, ne? Alle Tore sind wirklich oben. Das vor mir geht auf. Ich springe durch und genau in dem Moment kommt dahinter diese Pylone vorbei, die da lang fährt, ohne dass man die sehen konnte und knockt mich wieder hinter das Tor und es geht wieder hoch. Das ist so ein bisschen wie ein Kauter. Das ist so ein illegalen Eingeeinwanderer-Gefühl wahrscheinlich. Ich habe mich gesneakt und wieder rausgeworfen. Nee, die sind... Nee. Die kriegt die... Die kriegt das... Okay. Die kriegt... Der Neuerster. Und Jonas hat die Map wieder nicht beendet. Er reicht ja auch so. Naja, super. Auch wieder was, was ich auch richtig gut kann. Meine Reflexe sind einfach nicht mehr so gut. Ich bin jetzt 25. Feierabend. Wir brauchen jetzt eine volle Konzentratziertheit, Jonas. Einer ist raus. Ja! Oh nein! Ich bin auch raus. Alter, ey. Jonas hat die Map... Ich bin mich darüber gefreut, aber, dass er rausfliegt, ja. Jonas hat wieder eine Map nicht beendet. Ich möchte auch kurz anmerken. Ey, als ob wir jetzt rausfliegen deswegen. Wegen einem Punkt. Ich hatte ein Leck. Oh, Alter! Das ist ja so frech. Ja, halt's im Maul. Ich bin rausgeflogen. Ja, unser Mate ist ja auch raus. Oh nein. Warum gebe ich mich hier ein Geschmür? Ey, siehst du, aber du hast doch immer so einen fucking Luck, Alter. Hä? Ist gar nichts passiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Ihr könnt's doch holen. Ihr könnt's doch holen. Ja, siehst du, war knapp. Wieso gehen die alle... Oh, jo, hä? Was geht hier ab? Ach du Scheiße, das ist viel zu schnell für mein Gehirn. Ich komm nicht durch den Ringen. Ich wohne weggeboren, das ist ja so frech. Okay, die gehen alle da hoch. Oh. Oh mein Gott, was mache ich hier? Oh nein, da kam ich. Okay, das war eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich hab ein paar überholt. Nein. Okay, ich fahre eine extra Runde. Warum eigentlich auch nicht? Weiter, gar kein Problem. Alter, heute fahr ich hier ab. Mein, jedes Mal. Und nochmal. Und ich bin in der Chain. Und ja, ich komm nicht mehr raus. Ihr müsst's machen, Jungs. Du musst jetzt aber nicht extra hin, weil du jetzt ins Bett willst, Jonas. Ich beeile mich. Oh, ich hab's durch die Mitte geschafft, aber irgendwie ein bisschen buggy. Okay, ich muss eine extra Runde fahren. Ali, da hoch. Oh nein. Oh nein. Tuck. Knell wieder bei dir. Hey, da auch noch mal an der Seite. Boah. Hey, was ist denn das? Jetzt wurde ich angebumst an der Seite, oder was? Alex, du musst jetzt aber nicht extra... Oh, Alter, hast du gesehen, wie ich in den Schlitz gedübelt bin? Weil, äh... Nicht, dass die Runde... Also, nur weil ich jetzt ins Bett möchte, musst du dich... Ne? Ja, ja. Sabotiere ich jetzt andere G- Mates. Oh, ne, da kommen schon die gelben. Oh, jetzt hier. Jawoll. Alter, wir sind so schlecht, ne? Hier ist doch nichts. Wir sind mit Abstand letzter. Oh, Junge. Wieso, ey? Und sabotieren beide Teams. Das ist so asozial, wirklich. Voll die Dinger da. Nein, nicht so viel. Junge, der gelbe Balldockhier hat mich. Kommt da nicht weg. So weit sind wir. Oh, wir sind im Gleichstand. Wir sind even. Ich geh Blow-up facken. Nein, die wollen das gegen die Bouncer machen. Ich fack Blow-up. Nein, Blow hat jetzt einen Bouncer bekommen. Alter, der rollt hier durch alles durch. Ich block so heftig gegen mit so Mates. Los, schnell. 88, nein. 90, 96. Wir brauchen einen Bouncer. Ja, haben wir. Die brauchen nur noch zwei Felder. Alter, ich block so heftig gegen. Oh mein Gott. Digga. Oh nein, das ist das Schwere. Alina, ich hab das Einfache schon nicht geschafft. Bitte. Ey. Jonas, wie kann man so schlecht sein? Was soll ich machen? Ja, nicht links aller Seite stehen, sondern bitte ich. So, wie alle anderen auch. Ja, siehste. Oh, jetzt haben wir das auch raus. X3, Maxwell, 62, 30, hat's auch verkackt. Ich hab mehr erwartet. Antiklimatisch. Let's go!